Ich möchte Eure begrüssen hier, der Mobiliar C.A.N. und C.A.S. Danke euch, dass wir das wieder beistellen konnten. Wir sind vielmals vor 8 Uhr gerade, dass ihr noch so großzügig seid, wenn wir die Handicke, dass wir hier ein Tappel um ein Stück haben, und wir haben ein paar Tränkele-Glocken gemacht. Nachdem können wir alle für die Porterepise organisieren. Danke vielmals, ich möchte euch zusammen diese Kluge über den Flugtag in die EU und zeigen, was wir alles machen können. Ich möchte sagen, Hans Rudi würde noch etwas mehr dazu sagen. Er ist auf Instagram, mit dem Parkplatzproblem bei den Springreitern, die wir organisieren können. Hans Rudi frei, die die Sponsorung gemacht hat. Er würde dann auch noch etwas ausführlich über das etwas sagen. Wir bräuchten es natürlich, dass wir wieder zum Glück oben haben können. Vor einem Jahr habe ich gesagt, dass wir das letzte Mal haben. Wir haben die Sponsorung abbrechen. Wir haben die Veröffentlichung nicht bekommen. Und dann haben wir auch so ein bisschen ... Ja, wir haben so eine Bureschläge nach vorne genommen. Und jetzt hat man halt so die Brücke drei Teile gemacht. Es ist eine Fahrfahrt gemacht. Und jetzt hat sich für den Winter das Bärde auf der Stadt und den Main gebraucht. Wir haben so ein bisschen gebraucht. Und jetzt haben wir es wieder hochgezogen. Wir haben uns ein bisschen anders hingestellt. Und jetzt soll das legal sein. Mittlerweile fahre ich mich hier oben. Ich bin noch ein bisschen im Zeug oben mit der. Sie sieht noch gut aus. 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 Sie sieht noch 6 Meter hoch aus. Es ist noch ein bisschen umgekehrt. Ihr macht doch Freude. Wenn wir wieder etwas machen können, was ... Von hinten an bist du immer hier. Kann ich gut so ein bisschen ... Ja, es macht einem auch wieder ein bisschen mehr Freude. Und es ist doch immerhin schön. Ich habe ein bisschen angeschaut. Ich sehe fast ein bisschen alles. Jetzt morgen im Marathon. Morgen haben wir noch einen Marathon. Hier rät sich zu springen. Hier ist sich zu öppeln. Dann ist der Dressurplatz. Ähm ... Ja ... Die Kohlprüfung hat noch jemand schon erklärt. Das geht. Das ist eine Dressur. Das ist eigentlich eine Kohlprüfung. Die Kohlprüfung ist eine Vielzeitlichkeitsprüfung. Da wird in die Dressur gerichtet. Hier wird der Doppel-Parcours gefahren. Und dann zum Morgen steht noch auf dem Marathon. Wenn es auch eine Action gibt. Wenn wir heute noch etwas wegsehen. Dann dürfen Sie gerne hier auch wieder kommen. Die Doppel hier unten in den Marathon schauen. Manchmal kommt es auch noch eine Mägele. Das ist auch von Leuten im Autorennen. Es ist ein Spektakl. Oder jemand, der letztendlich so tragisch ist. Aber manchmal muss es auch. Aber ja, manchmal ist es auch so. Also gestern im Groen Vorfall. Wenn es nicht so tragisch ist. Wenn es auch so geht, ist es nicht so tragisch. Wir hoffen immer auf unfallfreie Wege. Und das ist gut. Wir laufen Zeit für die Breiberger springen. Heute ist die Reine Breiberger. Äh... Sie sind relativ gerade. Ja, für die Breiberger sind wir relativ gerade. Sie stehen in Berlin. Und unterwegs sind wir hier unten ein paar Mägele. Ich bitte Ihnen zu Ihnen. Vorhin ist mir aus Wilbäcker mit Toni. Hier haben wir natürlich noch eine Rücken. Die meisten haben Tickets erhalten. Wir haben schwingen. Wir hoffen, dass wir unsere Hütte haben. Sie haben relativ... Die nächste Spur wandelt auf 65. Die nächste Spur wandelt auf 65. Sie gehen heute hier. Ich komme zu schauen, was Sie suchen haben. Für diesen Rückenheim. Für die SPS, wo der Preis von Nazianna. Der Preis ist. Der Preis ist gelaufen. Das ist... Nicht ganz schön so gut wie die Tränke. Aber... Wir haben hier noch ein Hotel, wo wir gar nicht auf der Oberkasse haben. Danke ganz. Das ist schon. 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 Wenn Ihnen einmal mal in der Oberkasse wieder seid, dann können Sie doch besser sind. Dann werden die Jahre langsam kaputt. Wir haben nun alles gut betroffen unser Sponsoren, Chef von der Chefe des Springer Eind Roma. Die bringen Sie jetzt eben das Wort. Einfach besser und nennen. Herzlichen Dank euch etwa. Echt ärgert herzlich. Die Leute geben miserable zu unseren Sonnenden. Von meiner Seite aus, in Namen von Oka, von Brüssel-Veroca nennen, das ist der höhere Stadion, der wir hier in den Sparkel mit dem Säckstrupp und Regler in der Zeit von dem Säckstrupp.